Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Alien Swarm, nach 8 Monaten wird das mal wieder ausgepackt, ähm, du hast übrigens noch nichts ausgewählt. Ja, ich weiß, ich hab's dritt gemerkt. Ja, ich schaue dir auch gerade erst. Sega gut. Exakt. So, wir sind wieder zu dritt da. Faith, Crash und Wildcat. Spielen als Torion, Zeekro und Magtansch. Exakt. Die sollen ganz komische Typen sein. Ähm, wir sind jetzt bei Mission 4, soweit ich weiß. Und zwar müssen wir Zugang zum Reaktorkontrollraum erlangen und das Stromnetz wieder zum Laufen bringen. Ich würd sagen, machen wir das doch, ne? Ja. Schaut gut aus. Wow. Oh Gott. Autsch. Erstmal einen abschießen. Hey guys, please board. Oh, da ist eins. Okay. Geht doch nichts über den Misser Aliens abknallen. Ich hab ein PDA gefunden. Ich lese mal, wer hier getötet, okay? Ist langweilig. Ist langweilig. Wow. Ah, Alien. Das ist das. Aua. Ich hab euch vermisst. Wow. Oh, das läuft nicht. Ich hab das jetzt zum dritten Mal vor meine Flitte gelaufen. Wir sollten uns irgendwie alles aufteilen. Ich schlag die einfach kaputt. Kann man da nicht irgendwie? Nö, kann man nicht. Verdammt. Simon rennt einfach durch. Oh, da hinter uns ist auch was. Ich guck rechts. Oh, hinter uns. Ja, hinten was rauskommt. Ja. Schach. Ja. Ja. Oh Gott, guck euch das mal an. Hier. Kaboom. Yo. Quick and dead. Errungenschaft. Quick and dead. Das war bestimmt irgendwas ganz tolles. Boah. 100%ig. Da ist schon wieder so ein Viech. Wie hier so ein fetter? Oh ja, hier bei mir auch. Oh mein, wo bist denn du? Das, ich weiß es auch nicht. Da ist dein... Also, ich will nicht schon mal eine Sekunde weg, dann ist er wieder in Schwierigkeit. Ja, echt. Der muss bei mir... Guck mal hier. Oh, wenn ihr euch hier hinstellt, seht ihr links das Alien. Oh, da oben ist ein... Oh, ist das cool. Das kommt gleich runter. Oder auch nicht. Noch mal. Weiter. Nicht? Andere Seite ist es nicht. Da oben ist aber was. Hier oben hängt... Oh, schon mal hier oben hängt auch eins. Wow, hier vor dir hängt auch eins. Ja, stimmt, hier hängt eins. Ich will da hochschießen. Ich auch. Oh, das kann ich sogar echt. Nice. What you fight, damn it. Ich klopf hier alles zusammen. Bitch. Not power. Not power. Okay. Um die Tür nicht hier aufzukriegen, müssen wir erst irgendwie den Sproband schalten. Ähm... Reactor control. Ist hier irgendwas drin? Hinter uns ist was. Gehen wir mal zum Reaktorkontrollzentrum. Ah. Oh, der ist es. Was war das denn? Hier drin liegt irgendwas. Unter uns. Gewehrmusik. Mein Gott, unter uns. Hier ist Gewehrmusik. Du kannst nach unten schießen. Wusstest du das? Nö. Aber ich weiß, dass da hinten was ist. Alles nötig. Oh, da oben kommt noch wer. Autsch. Uiuiuiui. Techniker benötigt. Hier, ich mach dir den Weg frei. Ah, ich muss... Ich greife was mal hier. Okay. Okay, es kann gut sein, dass jetzt gleich Sachen kommen. Ach so, warte mal, Jonas, bevor du... Oh! Hey, schaut mal hier oben. Seht ihr links über der Tür die Kanone? Ja. Die steuere ich gerade. Oh, fett. Okay, und was ist... Was hab ich noch so? So, also dieser ganze Bereich ist jetzt abgesichert. Nur so, mal. Anlagenzustand. Falls ihr Muni braucht, da unten war noch was gelegen. Oh ja, gerne. Hier. Wow, davon ist was. Ich kann hier auf meine E-Mails zugreifen. Wo? Alles lesen jetzt nicht alles durch. So, dann hack ich mal das Bedienfeld, ne? Hier, da drin. Muss hier vorne rein gehen. Oh. Die Weermunition kann ich nicht aufnehmen. Ah, okay. Kann ich die aufnehmen? Ja, okay. Könnt ihr die bitte von mir... Wow! Ja, out. Ich kann nicht kämpfen, während ich hacke. Also... Wir haben gerade gesagt, dass wir uns noch Muni holen. Ja, Mission wird neu gestartet in 2-1. Okay. Sorry, aber wir haben gerade gesagt, dass wir Muni holen gehen. Und ich habe gesagt, ich hacke. Also hast du sowas gehört? Ich habe nichts gehört. Ja, so hängt er an. Ja, gut, okay. Simon ist Level 6, voller Erfolg. Mir fehlen noch 50. Mir fehlen noch ein bisschen mehr. Okay. Das war erfolgreich. Bereitschaft erzwingen. Stand gerade so. Du bist jetzt bereit. Du bist jetzt bereit. Einer der Kollegen hat nicht auf bereit geklickt. Bereitschaft erzwingen oder abbrechen. Eindeutig Bereitschaft erzwingen. So, ich hau gleich rein. Bereitschaft erneuert. Nein, die kann die Bereitschaft erzwingen. Wort. Ach so, deswegen nicht, weil ihr nicht drin seid. So, jetzt aber. Ne. Jetzt aber. Jetzt musst du ja nicht. So. So, ach, ja. Neue Folge. Neue Mission. Wir wollten mal wieder Aliens raus spielen. Haben wieder auch nicht gerade abgekackt. Also, ich bleib mal hier vorne stehen. Okay, Jonas läuft mir voll in die Flinte. Auch gut. Der Jonas kennt sich mittlerweile. Ich dachte nur, wir wollten uns absprechen. Ach, nein. Absprechen ist nie langweilig. Ah, kill it. Oh, da ist noch was. Alter, ich krieg voll aufs Maul. Oh man, ich wollt's schlagen. Ich wollt's schlagen. Ich lass dir das nächste zum Schlag. Da, guck. Da. Ja, gut, dann schlag ich's halt jetzt. Hier, da, hier, den nehm ich. Bam, gleich zwei. Also, schlagen ist eigentlich echt nicht schlecht, weil dann wartet man mit dem Mund. Ja, und vor allem dich kann man auch schlagen. Auf die Techniker. Okay, läuft... Oh, oh, aus dem Schatten, du. Nach vorne sind welche. Oh, das ist hier schreckt. Großes Ding, großes Ding. Oh, wartet mal. Au. Kommt mal her. Ja. Oh, das war aber knapp. So. Gut, hinten blinkt was. Aua. Da um. Reload. Reload. k k ich schon das gute ist dass du niemand schweißgerät Nee, hab ich nicht. Aber ich hab halt den Alien so aufs Maul gegeben. Oh! Darf ich fliegen? Ja? Ja, bitte. Kommen wir. Kommen wir. Wow! Achtung, ist... Wow! Okay. Ähm, kann einer von euch hier drüben das Secure... Könnt ihr das Terminal hier bedienen? Jo. Dann kann vielleicht einer von euch nämlich die Kanone hier über der Tür bedienen, weil die ist nämlich ziemlich krass stark. Ist ja geil. Anlagenzustand, E-Mail und Geschützkürm. Boah, Alter. Wie fett. Das ist cool. Go get him, girl. Sure. Aber man sieht hier kaum was, weil das so... ...krisselig ist. So, also... Ach, musst du da vorne hacken? Ja, ich muss hier hacken. Dann warte kurz. Ich übernehme... ...den... ...hier geradeaus. Ja, eben. Aber ich muss die Sentry Gun trotzdem da vorne stehen lassen, damit Felix hier hinten gedeckt ist. Ist gut. Ach, stimmt, ich stehe ja da hinten dran, ne? Sure. Ja. Oder kommt von ganz hinten auf, das weiß ich nicht. Ich stimme hier auf jeden Fall mal hier hin. Hat einer noch Muni für mich, nochmal so? Äh, ja. Nur damit, wenn ich jetzt euch beide verteidige... ...ähm... ...interessant. Von da hinten kommen sie... Ah, okay. Okay, offen. Ah, Hilfe. Achtung. Wir haben sie. Reload. Kaboom. Autsch. Die Sentry Gun ist ein bisschen... Oh, diese Teile nicht existieren dann. Ah, da kommt noch eins. Ah, die schießt nach uns. Bleibt ihr da drin, Jonas? Okay, das down. Okay. Mun. Juhu. Nein. Selbstheilungspapet. Ja, hab ich schon. Bedienfeld aktivieren. Kann ich das auch? Ja, das ist die Frage. Was passiert jetzt? Ui. 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 Great job, Team. Power is on. Ah. Ah, okay. Warte mal, ich muss doch erst meine... ...huh. Hu. 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 Ich kann Kraft machen. Go. Hu. 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 die tue hier ist auch die braucht irgendwie voll ewig um aufzugehen kommt hier mit rein kommt her kommt her ich weiß hinter uns die tür zu ich hab kein ammo mehr ich mach noch nicht ich mach noch nicht die tür ist nur von selber zugegangen also die können die zwar aufbrechen aber das dauert das aber bis dahin sind wir weiter naja zack zack da das sind feuerlöcher nö wahrscheinlich wenn der jetzt hier ist brauchen wir doch wer tauscht ein ich oh schau mal ui brennende Viecher ah ok deswegen interessant komm her hehehe ich hab Angst oh da alter guck dich da oben an bringt das irgendwas der Feuerwehr schon wahrscheinlich nicht ne wahrscheinlich nicht ich tausch wieder komm dich wieder da ey da laufe ich fall wieder so schnell out of position ne oh god ich bin unterwegs ich bin unterwegs Achtung Achtung AHHHHH komm der zu mir ich hab ich hab links weg Simon Achtung auf andere Seite ich bin weg sicher nach rechts oh jungen das sieht schlecht aus ich wenn ich die auf diese riesen Viecher ballern muss geh komm ich so schnell nicht so schnell out of ammo genau Gewehrmund sehr schön gut das ist doch schön ich pass hier auf müssen wir nix mehr machen oder drüben noch zu gehen ok ich mach jetzt glaub ich grad die Tür auf oh hi da ist noch eins jawoll jawoll ich drehe jetzt einfach immer die Sentry Gun was müssen wir jetzt an dem Bedienfeld hier machen ähm ich hab die Tür geht schon auf ich hab's schon bedient die brauchen immer Zeit in mir braucht die voll ewig Aua Aua ich hab extra die Sentry Gun gedreht ähm ja ich hab nur noch 40 Munition Hunden aus its ja Okay cool ich hab keine Evo mehr. Fuuuck! Alter! Hilfe! Ah hier 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 limp! Ich hab auch keine Muni mehr! Ich hab auch keine Muni mehr! Dann laufen wir da schnell rein! Oder auch nicht! Oh Gott! Ich bin drin! Komm, 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 komm! Nein! Tja! Das waren zu viele! Jonas! Komm her! Komm her! Komm her! Shit, das ist los! Ja! Oh mein Gott! Oh Mann! Oh, ich bin der einzige der noch im Mund hatte! Shit! Level up! Oh, Rezessionslasergewehr! Level 7! Ja! Ich hab... Vorhin bin ich... wieder nur ein ganz wenig im Mund! Das ähm... Boah! Fuck! Das ging ab! Mich als erster halt einfach mal voll Auto... wo die gelaufen ist! Tja... Man muss ein bisschen sparen! Ja, das Problem war, wenn ich auf diese großen Viecher drauf haue, ist meine Munition ruckzuck weg! Ah! Aber... ich muss auch damit drauf schießen, sonst... kriegen die uns! Okay, wollen wir weiter? Ja, aber ich würde sagen, die Folge belassen wir mal dabei! Ähm... Gut! Dann! Also dann! Danke fürs Zuschauen! Wir sehen uns in der nächsten Mission! Ja! Bis dann! Servus!